Die Vielseitigkeit, also das Allergrößte, das Team, die Kommunikation untereinander ist sehr gut und es macht sehr viel Spaß. Jetzt nochmal ganz langsam. Herzlich willkommen im Benediktuskrankenhaus Felderfing, deinem neuen Arbeitsplatz. Ich bin die Susanne, arbeite hier als Physiotherapeutin, also ich bin die Andrea. Also mein Name ist Carolin Müller und bin als Logopädin tätig. Ich bin der Frederik, ich bin als Physiotherapeut hier. Also die Top 3 Gründe, warum ich hier gerne arbeite, ist die Vielseitigkeit. Die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team. Man kann hier viel bewirken, es gibt wieder jeden Tag neue Herausforderungen. Das Team ist sehr frisch, freundlich, aufgeschlossen. Also das Allergrößte ist das Team. Wir sind zwar ein großes Team, aber was eigentlich das Schönste ist, dass wir gerade Ergotherapeuten, Logopäden und Physiotherapeuten alle auf einer Ebene sind. Dadurch sind wir alle halt sehr nah und eng miteinander und dann entstehen halt auch wirklich Freundschaften. Wir arbeiten oft auch mit Kollegen zusammen, weil nicht nur ein Therapeut am Patienten arbeitet, sondern meistens mehrere Fachbereiche. Es gibt andere Kliniken, wo die einzelnen Berufsgruppen viel mehr separiert sind. Wir sind ja echt, wir haben die Zimmern gemeinsam. Da heißt es nicht der Physiotherapeut, der Ergotherapeut, der Logotherapeut, sondern einfach die Therapeuten. Und jeder hat trotzdem sein Fachgebiet, wo man auch die anderen anfragen kann. Trotzdem sind wir einfach die Therapeuten und das ist wahnsinnig schön. Also Vorteile jetzt persönlich für mich vor allem sind eigentlich, dass die Fortbildungen so gut unterstützt werden. Einmal die Woche, beziehungsweise alle zwei Wochen haben wir interdisziplinäre Fortbildungen, die aus allen Fachbereichen hier aus dem Haus gehalten werden. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, außerhalb in anderen Fortbildungszentren auch Fortbildungen zu machen. Dass wir den Gehroboter haben, wir haben noch ein Erigo, ein Stehbrett, Gleichgewichtstrainer, Riesentherapieräume, Spiegelräume. Also wirklich eine Riesenmöglichkeit, um die Patienten so, wie man möchte, zu therapieren. Ja, man kann immer irgendwie mit neuen Ideen her ankommen. Da sind immer offene Ohren. Dass auch dahingehend, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, auch mal Geld ausgegeben wird. Wir haben auch viele Kollegen, die sich außerhalb der Arbeit treffen. Wir sind direkt am Starnberger See, ist super schön. Wir gehen gerne bouldern, also klettern. Ansonsten gehen wir auch gerne runter am See nach Feierabend, einfach nochmal zusammensitzen. Da entweder mit den Stand-Up-Puddles auf den See rausfahren oder einfach am See gemütlich noch picknicken nach der Arbeit. Also du als Neubewerber solltest mitbringen, auf jeden Fall eine Teamfähigkeit, aufgeschlossen sein, offen auch für Neues. Ehrgeizig, Spaß an der Arbeit zu haben, Motivation zu haben, sich einbringen wollen, etwas Neues zu lernen oder uns auch wieder was Neues mitzubringen. Das sind wir auch immer sehr offen dafür. Wenn du Spaß hast, direkt am Patienten und zusammen mit einem richtig, richtig tollen Team zu arbeiten, dann solltest du hier anfangen. Dann bewirb dich jetzt auf jeden Fall bei uns. Wir sind ein Riesenteam, wir haben viel Spaß bei der Arbeit und freuen uns auf dich. Dann bewirb dich doch einfach und wir freuen uns auf dich. Viel Spaß! Hat dich das beeindruckt? Wenn ja, dann bewirb dich bei uns als Ergo, Logo oder Physio. Wir freuen uns auf dich! Bei uns ein bisschenень Wid x5-4-2-3-2-3-2-7-5-3-2-3-3-4-2-4-3-3-4-4-5-4-4-3-4-4-4-4-4-4-7-4-5-4. 이�Con client Weisherboy-2-4-4-4-5-5-5-4-7-4-7-4-4-4-4-4-4-2-4. Vielen Dank.